Ab heute ist es möglich, das Sommer-Event in Genshin Impact komplett abzuschließen. Das bedeutet, ihr könnt alle Quests abschließen, ihr könnt alle Minigames abschließen und ihr könnt auch alle Kisten einsammeln, die es dort an der Welt gibt. In diesem Video möchte ich euch fix erklären, wie ihr wirklich an jeden einzelnen Primogem aus den Kisten kommt. Denn es gibt eine Methode, wodurch ihr euch alles auf der Map anzeigen lassen könnt. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Also lasst dort nichts liegen, denn aus dem Event bekommt man wirklich eine sehr, sehr gute Anzahl an Primogems. Ihr wisst, wie wertvoll Primogems in der Game-Nummer sind. Also nimmt alles mit, weil es ist tatsächlich sehr, sehr einfach an die ganzen Dinge zu kommen. Also selbst ich bin kurz davor, alles zu clearn. Der Schlüssel zum Erfolg hier in diesem Fall ist der Kristall unbeschwerter Freude. Den gibt es in zwei Varianten. Die erste Variante schaltet man frei, wenn man 90 der Tickets gesammelt hat. Ihr wisst mittlerweile sicherlich, wie man die Tickets bekommt. Ihr bekommt sie aus Kisten und ihr bekommt sie von diesen Ticket-Ballons, nenne ich jetzt einfach mal, die in der Welt so rumfliegen. Mit der ersten Version könnt ihr euch alle so einen kleinen Radius um euch herum anzeigen lassen, so dass ihr dann halt effektiv dort oder zumindest ein bisschen effektiver in eurem Radius halt farmen könnt. Es ist nämlich wichtig, dass ihr, wenn ihr 150 Tickets habt, dann könnt ihr den Chaos-Skin freischalten. Gebt dann nicht auf. Deckt weiter die Karte auf. Sucht nach Kisten. Sucht nach diesen Ticket-Ballons mit Hilfe des Kristalls. Denn ihr braucht 270 von diesen Tickets, damit ihr die zweite Version von dem Kristall freischaltet. Und sobald ihr diese habt, dann wird euch auf der gesamten Map alles angezeigt. Ihr müsst dann nicht mehr auf die Minimap gucken. Ihr müsst dann nicht mehr alles ablaufen und die ganze Zeit immer in eurem Radius scannen. Nein, ihr macht das einmal und die ganze Map ist praktisch aufgedeckt, was die Kisten und diese Tickets angeht. Tickets sind meiner Meinung nach dann auch nicht mehr zu verwenden. Also ihr braucht die eigentlich nicht mehr. Aber die Kisten solltet ihr auf jeden Fall sammeln. Denn in den Kisten sind Mudds, sind Artefakte für EP und natürlich die Primogems. Also auf gar keinen Fall verpassen. Wenn es darum geht, in welcher Reihenfolge ihr was machen solltet, wäre meine ganz klare Empfehlung. Spielt erstmal die drei Event-Main-Story-Quests. Also macht die erstmal frei, damit ihr alle Areas freischaltet. Und das so, dass ihr überall hinkommt. Und dann würde ich vorschlagen, spielt erstmal die Side-Quests aus der Area. Auch dort werden gewisse Bereiche dann halt irgendwie freigeschaltet. Dort könnt ihr auch schon die eine oder andere Kiste dann mitnehmen. Das hilft euch einfach so, dass ihr am Ende dann nicht explizit, ich sag mal, diesen Sprung von 150 auf 270 nur mit, ich laufe in der Welt rum und suche einzelne Kisten. Sondern dadurch werdet ihr, macht jetzt einfach ein bisschen nebenbei. Und dann müsst ihr am Ende nur noch so eine Handvoll Kisten oder sowas finden. Oder zwei Hände voll, wie auch immer. Dass ihr die dann halt, oder dass ihr darüber die letzten Tickets bekommt. Also lasst das nicht liegen. Denkt nicht, ah, die Belohnungen sind dann nicht mehr so spannend ab 150. Weil man bekommt da keine Primus mehr. Man bekommt eigentlich nur noch Mora und so weiter. Und dennoch habt ihr dann die Möglichkeit, mit dem letzten Upgrade von dem Kristall an alle anderen Kisten in der Welt zu kommen. Und das ist meiner Meinung nach dann schon sehr viel wert. Also ganz, ganz wichtig, macht das auf jeden Fall. Und dann solltet ihr im Nu schnurstracks auch mit dem Event durch sein. Das war's praktisch schon. Ich wollte euch nur ganz kurz erklären, dass es diesen Kristall gibt. Und dass es halt eine zweite Version davon gibt. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele sich vielleicht denken, Oh, jetzt die Mühe irgendwie reinstecken. Noch die letzten Tickets irgendwie suchen. Für noch einen Kristall. Was soll ich damit? Das ist die Begründung, wofür man den braucht. Weil dann kann man wirklich die gesamte Area einfach komplett durchspielen. Und ich muss sagen, bisher finde ich das Event sehr, sehr gelungen. Es macht sehr viel Spaß, die ganze Area aufzudecken, zu erkunden. Die Quest, die Story war für mich jetzt eher zweitrangig. Deswegen habe ich weitestgehend die Gespräche geskippt oder halt durchgedrückt. Aber dennoch fand ich das ein sehr, sehr gelungenes Event. Besser als so manch anderes Main-Event aus anderen Patches, muss ich irgendwie zugeben. Auch wenn ich natürlich jetzt die letzten Monate ein bisschen was verpasst habe, hat mir dieses Event schon eine Menge Spaß gemacht. Und ich fand es irgendwie auch cooler als die anderen Sommerinseln. Dadurch, dass hier viel, viel weniger Wasser und Meer war, hatte man dann einfach mehr Land zum Rumlaufen und Klettern und Suchen. Fand ich sehr, sehr cool. Leute, wenn euch diese Art von Content gefällt, vergesst nicht den Daumen nach oben da zu lassen und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Content von mir sehen wollt. Und vergesst auf gar keinen Fall in den Streams vorbeizuschauen. Ich würde mich sehr freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Also bis dahin, macht's gut.